Der Tod kreist über mir. Da kommt er! Da! Ins Wasser! Macht ihn alle! Macht ihn alle! Help me! Help me! Wo ein Bluebird hat hier? Was ist denn das? Ich werde vor dem Hubschrauber runtergetritten! Soll der Rad ziehen? Wollt ihr mich veräppeln? Guck bloß nicht zu leichter zurück. Oh! Hä? Meint er mich mit Bitch? Nö, er rennt zum Proto! Der rennt zum Proto! Da rennt ihr meine Miene! Die alte Sorge, die war für Proto, Mann! Man, nur Idioten hier, ey! Hey! Ja, geht doch! Raus hier! Juhu! Ey, oh, oh! Ich glaub, der kommt runter! Und da! Fuck! Stell rein, ich hab fünf Sterne! Ja! Du bist da geil! Du bist da geil! Du bist da geil! Ich bin da! Sitz hinten! Ich krieg schon wieder meine Wechseljahre hier! Erstmal essen hier! Oh, ist das heiß? Ist das heiß? Waffeln! Ja, das war ein... Ja, das war ein... Ja, das war ein... Ja, genau! Ja, genau! Hälsch! Ella? Ella? Ist das heiß? Ist das heiß? Oh, nur Bisse! Ich hab zu viele abgebissen! Ich krieg doch gar keinen Sekt! Da will dir mal mehr in den Mund! Oh! Was? Perkel! Oh! Junge! Oh! Ein Biss, ich bin satt! Nein! Ich will auch so eine Waffe! Ich will auch so eine Waffe! Ich will auch so eine Waffe! Biss das? Nein! die stoppen und ich habe kein auto hier wo steht ihr eigentlich stehe direkt hier rückwärtssalto ja toll wie soll ich da einsteigen ich wollte den reifen wechseln hier funktioniert nichts mehr in das spiel zu drückst auf dreieck da will über das auto klettern ja echt weit gekommen jetzt wenn ich schon wieder auf dem dach ich speichere noch mal ab ja okay er will reinfahren tor geht zu er bleibt vorstehen boomtor weg komplett und er dritten okay ja driften Wuhu! Wuhu! Achtung, den Wunscherfaden! Achtung, den Wunscherfaden! Wie viel hast du schon wieder gebrochen? Ich bin beim ersten! Viel zu wenig! Ich kann doch gar nicht fahren, ey! Oh! Mein GDA ist kaputt! Schön ist es in Los Santos zu sein! Meinst du nicht? Das juckt! Das juckt mir die ganze Glatze, ey! Zieht mir die Haare raus! Nimm die Finger von meinem Kopf! Hast du einen Haarsfall? Ja! Zuppelt mir die Haare raus und fragt mir, ob ihr Haarausfall ab! Was ist das denn hier? Was ist das jetzt? Komm mal hierher! Ich bin doch hier! Was ist das? Okay! Party people in the house! Haha! Ja! Party people in the house! Tja! Geld! Mein Geld! Ach! 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 Menno! Oh! Ein Springer kommt rein! Sofort Zeit an! Hör auf zu sagen! Hör auf zu sagen! Juhl kann was sagen! Du musst hier direkt niesen! Junge! Alles voll hier! Nein! Das schnitt auf mich! Willi, mach jetzt! Ja, da lacht doch noch was. Das konnte ich mal besser. Ja. Dass immer zu viel jetzt Sand drin fährt. Ja, hier haben wir letztes Mal beendet. Hau es wieder ab. Nein! 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 Hau es nicht ab! Ja. Aber Auto ist schön sauber. Mal gucken, ob der Fisch zu Hause ist. Oh, da geht der verdammt tief runter. Ich glaube, ich steige doch mal zwischendurch aus. Was? Was war der Teddy? Ja. Ja. Das war mein Name. Ja. 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 Hehehe hahaha Voll geil, der kippt sich erst dann einmal 5 Gläser testen... ...un oder beim sechsten Mal trinkt er den objeto aus der Flasche Lass uns losfliegen, erstmal neben, oh das Glas sieht schon ganz verbogen aus ey. Ich gehe kaputt hier, ich schlug aus Flaschen, genau, Alter ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Oh, meine Flasche ist abgesoffen. Ja, déjà vu. Was, wer soll denn schießen? Okay, gut. Stop. Was ist denn heute los ey? Ah, Junge. Was ist mit dem DJ? Der hat irgendwas vom DJ gesagt. Ich glaube der kannte mich schon, die kennen mich hier in Los Santos immer. Wow, Strandbesuch, scheiße. Ich hab ganz so anders hier geguckt, ich glaub der war tot. Wo ist er denn? Ach da. Ja. Alter. Wow. Oh, Brücke. Erstmal parken. Erstmal aussteigen. So. Hab ich die nicht getroffen? Nein. Aua. Der Rote hat mich getroffen. Scheiße. Eine, hallo, eine Runde, eine Runde. Ja, hallo meine Party People. Willkommen jetzt schon zu etwas Neuem hier. Wir spielen jetzt Last Team Standing. Ich hab mir eine schwere Panzerung gekauft. Jo, das war's. Dankeschön, bis morgen. Auf Brille sehen. Und falls. Kollege schon. Ja, ist das so.